Und da sind wir auch schon wieder. Mission 17 steht an Seelenfeuer. Wir sind endlich in den Kern eingedrungen. Und wir wollen mal schauen, was da so schönes gibt. Ich muss nicht von dem Stuhl herreisen. Viel Glück, Dante. Jetzt bist du auf dich eingestellt. So, wir haben nur ein Zeug. Wir sind schon echt gefasst aus. Jetzt sind Kold. Best er ist einfach bei WDs. Was war então? Wichtig ist. Ich stehe an den Bein. Was war ja? Das war's für heute. 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 Ich kann nur noch bejagen und er kann noch mal angreifen. Ein Stück doch. Ein Stück doch. Ein Stück doch. Man! Ey, das ist bescheuert. Das ist so bescheuert. Okay, ich will jetzt einfach... Okay. Ja, genau, wie er es gleich abwehrt, ey. Das ist der bescheuertste Gegner. Das ist der bescheuertste Gegner. Alter, der McGraw. Ich meine, es ist doch ein bisschen ein Schicksal-Steamy-Sohn. Mann, wir... Wir... Wo ist denn jetzt der Flash-Klopfer da? Ja, das ist so eine Infrarik-Klopfer. Ja, natürlich, das ist so eine Infrarik-Klopfer. so, handelt ja natürlich fluss zu mir mann Komm, verpiss dich in einen Dimensionsblock, komm schon, mach ich halt so glatt, ey, na los komm, verpiss dich, oh, ruhig, was ist jetzt endlich, noch ein Kampf oder was? Ey, sowas bescheuert ist mit dem zusammen, mit dem anderen Gegner, die Hölle, ey, so ganz ehrlich, ist einer am beschissensten Gegner wieder, extra warten muss, bis der Leute sich wieder, ey, so, oh, na werden sie billig, ja komm, Jetzt? Was ist jetzt endlich? Ich hoffe es. Boah. Das war ein Scheiß-Level. Oh. Was ist alles so gesagt? Oh, ich glaube das. Mensch, Mensch. So. Dann sehen wir uns wieder bei Mission 18. Ciao, ciao.